Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die Blackout-Vorbereitungen der österreichischen Regierung, denn das Land unternimmt erneut neue Maßnahmen, um sich verstärkt auf einen längeren großflächigen Stromausfall vorzubereiten. Auch der Innenminister appellierte erst kürzlich an die Bevölkerung sich auf einen Blackout vorzubereiten. Bei diesem eindringlichen Appell des Innenministers stellt sich schon die Frage, was könnte da möglicherweise auf uns zu rollen. Ebenfalls schauen wir uns an, wie gut deutsche Städte auf einen Blackout vorbereitet sind, denn dazu gibt es eine spannende Studie der TU Darmstadt. Wenn ihr alle Details erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. Bevor es losgeht wie immer noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben, gibt's uns jetzt auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für eure Unterstützung. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Blackout-Vorbereitung seitens der Regierung wird in Österreich seit Monaten nicht nur öffentlich kommuniziert, sondern nun auch intensiv ausgebaut. Ganz im Gegensatz zu Deutschland, in dem sich offenbar in der Politik kaum einer mit Vorkehrungen beschäftigen möchte. Selbst Privatpersonen, die sich damit beschäftigen, werden als Panikmacher oder Verschwörungstheoretiker belächelt. All das ist in Österreich nicht der Fall, denn dort ruft selbst der Innenminister zur Vorsorge auf. Da stellt sich dann die Frage, ob in Österreich alles Panikmacher sind, oder in Deutschland alles Träumer. So bezeichnete Österreichs Innenminister Karl Nehammer einen Blackout vor kurzem als eine der größten Bedrohungen für moderne Staaten. Erst Ende September haben Karl Nehammer und der Vorstand des Hochspannungsnetzbetreibers APG einen Kooperationsvertrag geschlossen, in dem stärkere Vorkehrungen gegen einen großflächigen Stromausfall geregelt werden. Auch die Telekom-Anbieter und Krankenhäuser würden sich laut Nehammer aktuell mit der Betriebsfähigkeit während eines Blackouts befassen. Ziel dieser Vereinbarung mit der APG ist unter anderem die Polizei bei einem Blackout früher zu warnen, sodass Maßnahmen schneller getroffen werden können. Über einen möglichen Zeitvorsprung sollte dann erreicht werden, dass die Chaosphase möglichst kurz gehalten wird, indem bereits im Vorfeld Vorkehrungen für die Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung getroffen werden. Auch die Regelung des Verkehrs an empfindlichen Punkten soll so schneller geregelt werden. Laut dem österreichischen Innenminister kann die Polizei bei einem Blackout angeblich für drei Tage die volle Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten und für weitere vier Tage die Sicherheit in Österreich garantieren. Mit der Verstärkung der Maßnahmen sollen 100 Standorte wie beispielsweise das Innenministerium, das Bundeskriminalamt, die Direktionsstaatsschutz und der Nachrichtendienst sowie die Landespolizeidirektionen besser vorbereitet werden, um auch bei einem Blackout ihre Arbeit ohne Beeinträchtigung aufrecht erhalten zu können. In diesem Zusammenhang wird klar, dass sowohl in Österreich als vermutlich auch in Deutschland viele Polizeistandorte eben noch nicht auf einen Blackout vorbereitet sind und im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls nicht für das Chaos gewappnet sind. An vielen Standorten kann die Polizei somit gar nicht für die öffentliche Sicherheit sorgen während eines Blackouts. FutureZone schrieb hierzu. Zitat. Man habe gerade erst die Definition der Standorte durchgeführt, die resilient werden sollen, heißt es seitens Harald Sörös, Ressortsprecher des Innenministers. Dazu sollen bis Ende des Jahres Pläne erarbeitet werden. Aktuell sind rund die Hälfte dieser genannten BMI und Polizeistandorte resilient, so Sörös zur FutureZone. Dementsprechend wären die meisten Polizeiinspektionen in Österreich im Falle eines Blackouts ebenfalls ohne Strom und deshalb nur bedingt einsatzfähig. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Ein eindeutiges Warnsignal in diesem Zusammenhang sollte für jeden von uns sein, dass der österreichische Innenminister an die Bevölkerung appellierte Vorkehrungen für längere Stromausfälle zu treffen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Dabei wies er darauf hin, dass man ausreichend Lebensmittelvorräte und Kochgelegenheiten, die auch ohne Strom funktionieren oder ein batteriebetriebenes Radio zu Hause haben sollte, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Im Übrigen haben wir für euch die wichtigsten Gegenstände zur Blackout-Vorbereitung in praktischen Kategorien zusammengestellt. Da kann sich jeder einen schnellen Überblick über das Nötigste zur Blackout-Vorbereitung verschaffen. Wir verlinken euch alles unten in der Videobeschreibung. Laut dem Geschäftsführer der Linz Stromnetz GmbH Johannes Zimmerberger habe das Bundesministerium für Landesverteidigung das Risiko für Blackouts in einem aktuellen Bericht als sehr hoch eingestuft. In diesem Zusammenhang erinnerte man an den Blackout zu Beginn des Jahres, als ein Ausfall in einem Umspannwerk in Kroatien zu einer Auftrennung des europäischen Netzes und damit zu einer großflächigen Störung führte. Unser Video hierzu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Der Standard berichtete hierzu folgendes. Zitat. Aufgabe der Verteilernetzbetreiber in den kommenden Jahren sei es demnach vor allem entsprechende Vorsorgen für einen Blackout zu treffen und Maßnahmen zu setzen, um einen flächendeckenden Stromausfall zu vermeiden. Ein Blackout kann jederzeit auftreten, wir rüsten uns allerdings gut dafür, betonte Zimmerberger. Der Ernstfall werde in Österreich durch mehrfache Testdurchläufe in den Werken sowie durch Schulungen des Personals oder Simulationsübungen regelmäßig geübt. Um die Versorgungssicherheit in Zukunft sicherzustellen, brauche es allerdings entsprechende Finanzierungen. In den kommenden Jahren werde man massiv investieren müssen, so Zimmerberger. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und auch der Vorstandsdirektor der APG Gerhard Christina betonte, dass die Strommarktliberalisierung vor 20 Jahren zu einer Verknappung der Erzeugungskapazitäten geführt habe. Problematisch sei in diesem Zusammenhang, dass Österreich einen Spitzenverbrauch von 9000 Megawatt aufweise und davon 4000 Megawatt importiert werden müssen. Zudem betonte Christina, dass auch die Klimawende mit ihren Extremwetterereignissen die Ursache sei, dass das System labiler wird und immer wieder am Limit fährt. Mehr und mehr muss in das Netz eingegriffen werden, um die Netzfrequenz auf den erforderlichen 50 Hertz zu halten. Der Standard berichtete hierzu. Zitat. Weil der Ausbau des Stromnetzes mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aus unterschiedlichsten Gründen nicht Schritt gehalten hat, sei die Lage viel instabiler geworden als zu Beginn der Liberalisierung des Strommarktes 2001, sagte APG-Vorstand Christina. Allein heuer habe man 160 Mal eingreifen müssen, um Angebot und Nachfrage in Balance und damit die Netzfrequenz auf den erforderlichen 50 Hertz zu halten. Zitat Ende. Auch diesen Artikel verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Nun schauen wir noch einmal auf die Vorbereitungen deutscher Großstädte auf einen lang anhaltenden und überregionalen Stromausfall. Die Technische Universität Darmstadt untersuchte beispielsweise inwieweit sich die Berufsfeuerwehren als lokale Katastrophenschutzämter kreisfreier Großstädte auf das Szenario eines längeren überregionalen Stromausfalles vorbereiten. Von 68 befragten Städten haben lediglich 49 überhaupt an der Befragung teilgenommen. 40 Ämter gaben an, sich mit dem Szenario zu beschäftigen. Drei weitere Ämter beschäftigen sich lediglich mit Stromausfällen mit kürzerer Dauer, und der Rest beschäftigt sich mit diesem in keinerlei Ausmaß. Herbert Sauruck fasste das Ergebnis der Befragung treffen zusammen und zeigt damit auch vor welchem Problem in Deutschland zukünftig stehen könnte. Zwar werden die Probleme teilweise analysiert, doch eine Vorbereitung findet selten statt. So schrieb er im Detail folgendes. Zitat. Die Erkenntnisse aus der Abschätzung werden den Einsatzkräften jedoch bei weitem nicht immer auch kommuniziert. Noch seltener werden an die voraussichtlich geringe Verfügbarkeit von Einsatzkräften angepasste Personalpläne erstellt oder Nahrungsmittel und Trinkwasservorräte für die Einsatzkräfte vorgehalten. Die Abschätzung alleine führt also nicht dazu, dass entsprechende Vorbereitungen getätigt werden, um die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte im Szenario sicherzustellen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel unten in der Videobeschreibung. Eine bedenkliche Situation, da es bei einem Blackout ohne Vorbereitung sicherlich schneller zu Chaos kommen wird als die meisten sich vorstellen können. Und gerade die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, wie die Stromrationierung in China, der tagelange Stromausfall im Libanon, die Stromknappheit in Großbritannien oder der Blackout in Dresden zeigen, dass es in Bezug auf die Vorbereitung 5 vor 12 ist. Den Appell des österreichischen Innenministers an die Eigenverantwortung sollte sich jeder zu Herzen nehmen. Und was denkt ihr? Ist die Vorbereitung auf einen Blackout Panikmache und Blödsinn oder doch eher eine vernünftige Versicherung für den Notfall? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 1 2 3 4 9 9 10 11 12